hallo leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video auf meinem kanal ich bin zu tun nein bin ich nicht der gastuploader den damen nicht bekannt ist cool ich bin gerade auf irgendeinem random server habe einfach mal so 1 17 minecraft freebild server auf youtube eingegeben und habe tatsächlich irgendwie was gefunden was mich tatsächlich auch total an früher erinnert hier die absolute freebild logik hinter ja da bin ich gerade drauf und hat heute mal ein anderes langweiliges thema vorgeschlagen nämlich habe ich mir gerade eben so gedacht weißt du was ich gucke mir so zu tun ins kanal statistik an und dann denke so ja 280 subscribers und da denke ich mir so also du uns kanal ist einfach schon so lange am kämpfen hier wir kämpfen auf diesem kanal auf vielleicht mal irgendwann 300 abonnenten maybe ich meine es sind jetzt 280 subscribers und es ist halt einfach schon jetzt langsam langsam wird es aber eisenbahnzeit also ich meine die 300 abonnenten zu erreichen wäre doch schon mal sicher eine möglichkeit dass das kann ja nicht sein dass das nicht möglich ist ja akkommelt das mal ambo da like hier und abo wie ich meine wirklich also es ist schon so ein bisschen ja niemals wachsen ich denke also wenn ich so gucken ja was willst du eigentlich heute auf youtube machen als als ich meine kannst du machen und das reden dass du willst es macht nicht viel an unterschied wenn du ich weiß es nicht ist es auch einfach nicht relevant aber der trotzdem der duden der ist ja wieder im urlaub nicht er schon wieder irgendwie schon wieder irgendwo in einer anderen stadt und ist da irgendwie film drehs am machen oder so während ich mich wieder um seine burg kümmere also seinen kanal ich bin wieder der 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 könig des nordens lol nein ich vertrete ihn so gesehen also immer wieder lustig zu drehen genau naja und gerade spiele ich einfach mal so ein bisschen minecraft habe ich so gedacht komm ich suche einfach mal so so wie damals so einfach irgendeinen free build server was ist das eigentlich für ein blog anders halt um einfach mal zu gucken was eigentlich heutzutage so auf anderen ufern so abläuft und ja was findet man hier direkt mal ein free build server der doch auch irgendwie baerbock mäßig auch irgendwie gar nicht mehr so uninteressant ist weil es hier irgendwie auch so erinnert mich total früher kriegt man direkt lust selber ein free build server zu machen nicht nein es macht mehr spaß auf welchen zu spielen weil man ja auch geil geht man plötzlich irgendwo hin und plötzlich in der häuser doch genial es macht natürlich mehr spaß als spieler irgendwo zu sein weil dann hat man einfach diese freiheit und kann es einfach wo ich kann roten das machen wir doch mal einfach die freiheit irgendwas zu tun und muss sich irgendwie die ganze zeit den server einstellen und irgendwie sich um alles mögliche kümmern und was auch immer noch also das ist einfach einfach schöner so wenn man das so machen kann einfach frei ist und rumlaufen kann und so also finde ich finde ich ist schon ich schon ich wollte mal gerade noch für den server bin mal gespannt ob ich essen krieg das wäre nämlich ganz schön weil dann können wir einfach noch schnell das hier bestätigen so zackigen und da ist die botbelohnung hoffentlich gleich jo und hier ja hier klappt es nicht egal dann würde ich mal sagen mit dem worten hat nicht geklappt sehen wir uns aber mal wieder beim nächsten shorty oder ihr schaut auf meinem kanal vorbei und was auch immer und wir schauen mal wie es so in der zukunft weitergeht geht und dann würde ich mal sagen bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal wieder bisher noch rein und tschüss